Ja, da wollten wir Basketball spielen, aber wie denn ohne Körbe, ihr Motherfucker, was soll denn der Scheiß, Digga? Haben die auch die Tore da hinten? Bruder, guck mal hier, da hinten auch, die beiden hinten auch, da hinten der auch. Digga, was habt ihr gemacht, man, warum macht ihr sowas? Kiel, was ist da los, Digga? Yo, ich dachte, man macht richtig, meinst du, Digga? Was genau, willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier wieder auf dem GLC-Channel. Heute haben wir ein Battle zwischen zwei Giganten, zwischen zwei Motherfuckern. Und zwar spielen wir heute 21 Cricket und mit einer kleinen Bestrafung, ne? Der Verlierer muss etwas vorlesen, was der andere diktiert, ja, auf Zettel schreibt oder auf Handy schreibt. Wer 21er nicht kennt, jeder Wurf sind zwei Punkte. Von hier ist zwei Punkte. Freiwurf ist zwei Punkte, Normalpunkt ist ein. Genau. Und wenn man den Korb nicht trifft, also gar nichts trifft, vom Außenrum und Korb, dann ist man wieder bei Null. Auf ein faires Spiel auf jeden Fall. Und Leute, macht auf jeden Fall weiter so, das letzte Video kam sehr gut an bei euch. Kommentiert, liked, alles, wie immer. Und ich weiß, viele werden wieder fragen, wo ist Momo? Deswegen können wir in jedem Video sagen, Momo kommt bald wieder auf jeden Fall. Okay, darf ich anfangen? Willst du anfangen? Normal. Ladies first, fang ein. Nicht so, nicht so, nicht so. Ja, du hast gesagt, Digga. Du hast ja NBA-Karriere hinter dir, weißt du, bist ja ein bisschen Basketballer und so. Meinst du? Hier ist dein Gebiet, Bruder. Bruder, wir sind außerdem gerade bei unserer alten Schule hier auf dem Schulhof. Eingebrochen. Bist ja eingebrochen, also wir sind über den Zaun geklettert. Wenn der Hausmeister kommt, Digga, ich war im Frühjahr selber, ich war ein kleiner Butchis, Digga, was ist los? Ich habe dir extra meine Jordan-Hose angezogen. Das bringt dir gar nichts, Habibi. Okay, es geht los. 21er, yallah, Habibi. Das ist so dieser Vorsprung gewesen, so ein Abstauber. 1-0, Bruder. Oh, sag's doch vorher, Bruder, ich wusste nicht. Ja, so, Digga, Abstauber. Ja, cleaner, Baby. Oh, sie abstauben, Bruder. Oh, nee, nee, nee. Schade. Null. Habibi, null. Digga, das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Von 1 bis 0, Digga, das schon hart, Bruder. 1-0, ne? Wie hast du null gemacht von da, Bruder? Wie dumm bist du denn, Digga? Oh. Man sieht dich gar nicht, Wadda. Was denn? Was denn? Was denn? Bruder, wie kommst du von da null machen? Ja, zeig mal. Mich sieht man ja gar nicht. Ja, mich haben wir auch nicht gesehen. Oh, scheiße. 2-0, Digga, gar nix los, Digga. Ich kann doch nicht gegen diesen Idioten verlieren, Digga. Oh. Er war smooth, Baby. 2-1, ohne zu zögern. Nein. Es war lieber gezögert, Digga. Mit Blocken, ne? 3-1, Digga, gar nix los, Bruder. Wir zöken können Basketball. Drücke hier, drücke hier. Bruder, es trägt nicht. Nein, du. Sicher? Heute, heute, heute. Heute, das ist noch nicht. Oh. Aber auch jeder Klappchen. Oh, Allah. Digga, Mann. Spaß hier, Allah. 4-1, das läuft ja schon mal nicht gut. 4-1 läuft geistkrank, Bruder, ja? Digga. Ah, Bibi. Einmal bitte hierhin. Das ist hier kein Elbhoi, Bruder. Niemals, niemals rückgehe ich das. Oh. Digga, so knappe Dinger, Mann, Allah. Das ist echt zu breit, Bruder, ja? Das weiß ich. Ich weiß, dieser hinten, dieser Ramp. Nee, ja, auch mal. Du musst auch mal von hier einen reinmachen, ja? Digga, das war fast ab, oder? 4-3, 4-3, ich komm, ich komm, ich komm. No problemo. Das war mal klar, Sordo. Nein. Digga, du machst voll die ekligen Dinger. Das war knapp, mein Lieber. 5-3, Digga. 5-3. Du wirst, Digga, 5-3, dieser Digga, gar nix. Wurst, Digga, Chaiko, dieser Sport, Digga. Boah, der kommt schon hier perfekt. Merkst du? Ja. Exter, Digga. Bruder, ich kann nicht gegen die Handeln. Wann war das, Digga? Wie schlecht. Boah, ich dachte, du wirst uns 10-0 führen oder so, Digga. Ja, ich bin ja auch Kovie-Brown, Digga. Ja, ich bin ja auch Kovie-Brown, Digga. Du wirst, du wirst nicht 10-Curry? Ich bin wie ein Braun-Dreams, Digga. Nein. Oh, Bruder. Du machst die ekligen Digga. 6-7. Bruder, hast du schon von hier getroffen? Nein, hab ich echt nicht. Ja, guck. Du wirst, du wirst nicht. Wie ein Basler-Spieler. Du wirst wie ein Idiot, Digga. Der kommt genau zu mir. Du Abstauber, Digga. Ich hab vor einer Stunde meine zweite Impfung bekommen. Junge, das erwähntest du jetzt erst. Eigentlich darf ich 48 Stunden keinen Sport machen. Nur zur Info. Warte. Erwähnt das jetzt, nachdem er verliert, Digga. Ich will nur sagen, Digga. Nicht, dass später heißt, Aybo, was war los und so. Warum erzählst du nicht, als du gerade in der Führung warst? Ich hatte nicht die Zeit dafür, weißt du? Und null. Das ist eine Abschaubung, Bruder. Ich muss auf jeden Falle erkannt. Eigentlich vertraubend, Bruder. Schaffst du das, du bist recht gut, Digga. Der ist safe drin, Bruder. Ich hoffe nicht zu viel Auge. Auge machen. Oh mein Gott, Digga. Wallah wegen dir, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich hab auch krank Auge gemacht. Ich hab auch nie so Auge gemacht. Das hat direkt funktioniert. Ich glaub, ich mach jetzt immer, Bruder. Ich hab null, ne? 7-0. Für 7-0 und das mit Impfung. Wisst ihr was ich meine? Ich hab eben Impfung bekommen. Ich hab zu viel Gefühl reingedammelt. Zu viel Gefühl, Digga. Feindlich, Digga. Ui. Jetzt ist dein erstes Punkt, Digga. Scheiße. 7-1. So hab ich das gesagt. Wallah, richtig Auge, Digga. Boah, der war Spook, Bruder. Ich bin ehrlich. 8-3. Bruder, der ist echt zu breit. Der wär drin. Ah, Digga. Was ist das, Bruder? Ich glaub, ich seh nicht richtig, ja. Ich glaub, ich seh nicht richtig, ja. 9-4. Hätt ich nicht diesen null Punkte gemacht. Ich glaub, ich hab den locker gewonnen. Ich hätt schon längst gewonnen. Sag mir so. Aber Bruder, hätte wäre wenn und aber. Weißt du, das zählt nur, was wirklich ist. Bruder, der ist echt zu breit. Das war ja feinlich. Digga, was ist das denn, Digga? Null. Guck mal, wie angst der hat, Digga. Warum soll ich der riskieren? Du ne kleine Pussy, Digga. Und wenn du zählst, der wird nicht mehr riskiert. Digga. Ihr seht auf jeden Fall, Albo hatte immer die ganzen Abstauberdinger auf jeden Fall. 21 Punkte nur mit Abstauber gemacht. Hä? Das wär ich euch weg jetzt, Digga. Schaff ich schon. Oh! Du hast auch zwei Punkte, ne? Warum? Wenn man von hier macht. Auf einmal. Eigentlich wirklich? Auf einmal. Eigentlich ja, Bruder. Wenn hinter die Linie wird. 10, 10, 10. Nein, nein. Guck mal. 1, 10. Moin. Bruder, das zählt ab hier. Eigentlich zählt das 10. Von hier zählt zwei Punkte, Mann. 10 Punkte ist ab hier, Bruder. 10 Punkte ist ab hier, Bruder. Zählt das 3, oder? Jungs, wir haten nicht, Digga. Weil du jetzt verlierst gleich, Digga. 10, 8. Wenn ihr safe, Bruder. Hätten nicht dafür. Okay. Uh! Nein! Wow! Hey! Wir führen wieder. Alles gut. Oh! 13, 10, Digga. Nach 100 Würfen. Echt? Hä? Hier ist zwei, oder ist hier nur eins? Ja, zwei. Uh! Ah! 14, 10, Digga. Gar nicht. 14, 10, Digga. Bruder, wir machen immer das Unmögliche möglich. Du weißt. 15, 10, 10, 10, 10. Nein, Bruder! Das hast du doch nicht gemacht, jetzt! Ich bin voll... Bruder! Was war das denn, Digga? Ey! Du hast null! Bruder, was war das denn? Ich hab mir keine Ahnung, Mann. Erkomme, Digga. Eben lief ganz gut. Ich hatte zu viel Selbstvertrauen bis zu euch. Aber ich dachte, auf den Handbeweg einfach. So dachtest du, ne? Ich glaub, das Ding hier hinaus heute. Scheiße, das zieht sich von da, Bruder, du verlierst nicht schlimm, Bruder. 13 zu 0. Junge, du musst wo und wo denn? Ich muss gar nichts, Bruder. Weißt du, das ist Sweetball, Bruder. Hat dich das, Bruder. Mach auf, geh auf dafür. Karma wird dich auseinandernehmen und der wird jetzt dafür reingehen. Wie warst du? Ein? Yeah. Egal, es geht nicht aus, komm. 13 zu 2. Pass auf. Junge, bist du Gegner, Digga? Wieder 0, Digga, das meinst du doch nicht ernst. Du musst den Korb treffen, ne? So ungefähr, Bruder. Weißt du, was ich mein? Wenn ich dich zu 0 abziehe, ist echt Feierabend, Bruder. Das ist perfekt, dann. Wie bei Tekko. Du gewinnst ja nicht zu 0, sondern weil ich Airball hatte. Aber was ist dein Ergebnis gerade? Mach einfach mal an. 15 zu 0. 1. Ja, sick. Du hast 6 Punkte. Und hier sind echt 2 Punkte. Du kannst den Ball auch. Normal, der geht da so. Hör zu. Du kannst den Ball auch einfach hüpfen lassen, wenn er hier in den Bereich kommt. Dann werfen wir es. 16 zu 1. Ich glaube, das Spiel ist gelaufen, ja? Boah. 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 Scheiße, Digga. Habt ihr das gesehen, Digga? Das war richtig Bitch-Move, Digga. Alles gut. Digga. Ich hätte schon lange 40 Lamm. Oh ne. Jetzt kommst du da zu. Ja? Digga, das kann doch nicht sein, man. Du bist glücklich, Digga. Ja, Uff. Ja, uff. Ja, Uff. Ja, Uff. Ja, wo geht's schön, Ammonarön? Bruder, du hast Glück, Digga. Oh. Bruder, der war zu smooth, Digga. 20, der letzte, wenn du von da triffst, dann hast du 22, also das bringt dir nichts, oder? Aus diesem Film, oder? 21, der Spielbett. Okay, alles gut. Das hat ja nicht so geklappt, ne? Das sind auch wieder zwei, ne? Ja, er darf nicht. Kleiner Wichser, guck mal, wie er spielt. Du bist noch ein bisschen schwindelig, Bruder. Du hast 21 zu 7 verloren, Bruder. Aber guck mal, Bruder, wenn ich ernst schwimmen würde. Du meinst im Video, soll ich nicht ernst schwimmen, wenn ich ernst schwimmen würde. Wetter reingegangen, wär krank, Digga. So, Leute, die Bestrafung ist, Albo muss jetzt gleich einen Text vorlesen, den ich ihnen schreib auf jeden. Bis gleich. Ich hab dir den Text jetzt geschickt bei WhatsApp. Ich hab den noch nicht angeguckt, ich schwör. Das ist cool, du bist echt... Für die Leute, damit die wissen, ich weiß nicht, wo es geht. Real, du bist real. Wollte ich jetzt vorlesen? Lies den jetzt vor, bitte. Aber schön, laut und deutlich und echt mit Geschmackes. Es ist wieder soweit. Ich, Vollidiot, hab gegen King Raja verloren. Jo. Ich dachte echt, ich könnte ihn besiegen. Aber? Aber das ist unmöglich. Oho. Raja ist zu gut für mich. Zu gut. Ich, Opfer, hab echt gedacht, ich könnte mithalten und sein Wurf ist einfach zu krass. Findest du, Bruder? Danke, Mann. Korrekt, Bruder. Dankeschön. Raja. Ja, Bruder. Danke, dass ich mit dir chillen darf. Junge, ist doch nichts los, Mann. Hey, schäm dich nicht, Mann. Ich freue mich jeden Tag, dich zu sehen. Süß. Und mag es sehr, mit dir Zeit zu verbringen. Das ist korrekt. Alles gut, Bruder. Alles korrekt, Bruder. Danke, Raja. Echt danke. Ja. Danke, danke, danke. Du bist der allerbeste HDGDL. Dankeschön, Bruder. Korrekt, Bruder. Korrekt, Bruder. Aber süß, Digga. War süß von dir auf jeden Fall. Hast du mir schlimmer vorgestellt. Ja. Ich dachte, du fickst mich richtig, Digga. Dass ich Sachen mache, dass ich mich selber ficken muss. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Likechen da. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ein Likechen? Ein Likechen. Jetzt neu, weil ich nicht mehr like. Richtig süß. Einen Tag kommen wieder weitere Videos. Wir sehen uns bald. Habibi. HDGDL.